Tag Leute, Colin Schwing ist wieder angesagt und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben uns gedacht, dass wir heute mal unsere Jungs ranken. Die sind nämlich gerade nicht da beim Einkaufen und kommen bald wieder und wir haben jetzt ein paar Luftballons vorbereitet. Da es aber nicht so geklappt hat, wie wir wollten, haben wir unseren Plan geändert und sind umgestiegen auf Wasserbomben. Und zwar sind es riesen XXL Luftballons, sieht man hier im Hintergrund. Die befüllen wir jetzt mit Wasser und schmeißen die dann aus dem Fenster, wenn die zur Tür rein möchten. Ja, und dann legen wir mal los. So, wir sind jetzt hier gerade im Bad und befüllen die Wasserbomben. Wir haben uns gedacht, wir nehmen einfach gleich mal eine ganze Wanne und machen die voll und schmeißen die dann aus dem Fenster. Das ist die erste Stelle und ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht gleich alles unter Wasser setzen, aber ist das schon Stopp? Aber ich weiß nicht, wie wir heute nochmal zur Fall machen? Ja, schon. Schon auch ein bisschen? Ja, geht schon davon. Geht schon davon. Die Haut ist dann weg, es reicht. Ja. Das ist das erste, oder? Genau. Du bist so blöd. Du fettst halt alles unter Wasser. Ich hab gesagt, es endet nicht. Du fettst halt alles unter Wasser. Wir sind jetzt voll süß noch einkaufen für heute Abend, was zum Essen. Da kriegen sie so einen Dank dafür. Das ist die Rache für die letzten zwei Videos. Für die letzten. Also wir haben es mehr als für die, würde ich sagen. Könnte ich auch sagen. Soll ich mal sagen? Soll ich mal, ja. Ja. Ich glaub, das ist echt cool, das muss ich nicht machen, weil ansonsten dann im Sinne halt direkt so lange raus. Ja. Oh, auf. Ja. Das ist ja richtig schwer schon. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal voll die restlichen. Genau. Und melden uns dann nochmal. So, ho. Wir haben gerade den letzten. Und die Wanne ist schon gut gefüllt auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass es mit einem Spaß ist. Papa, wir können die Wanne tragen, weil das Ding halt jetzt schon mit Kino ist. Das stimmt. Keine Ahnung. Los geht's. So, ich hab mir jetzt Maxlein Schlüssel geschnappt und wir platzieren da noch eine zweite Kamera, damit man es gut von unten filmen kann. Und schließen die Tür so, damit sie nicht reinkommen und praktisch vor die Türe stehen. Und in dem Zeitraum schmeißen dann wir unsere Wasser von unten. Richtig. Genau. Gehen wir mal runter. Ja. Ja. Ich kann noch 10 Meter zuschassen. So, wir gehen jetzt wieder nach oben. Genau. Schreiden mal große Stöckchen. So, jetzt hat er mir geschrieben, in einer Minute sind sie da, wenn man sieht, bin ich gleich. Doch, ich glaube schon gleich. Jawoll. Dann kann man Spaß auf dem Leben. Okay. So, jetzt kommen sie, wir sind schon mal bereit. Alter Scheiße. Ich will das sagen. Also hier, eine riesen Wanne. Und jetzt geht's los. Okay. Da steht. Eins. Zwei. 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 Vielen Dank.